Ich darf wieder rechtzeitig begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Was man schon am Ende der letzten Folge aufgefallen ist, das Herz klopfen. Was bedeutet das? Weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es von außerhalb, weil es nicht Fotos ist. Und wir schauen einfach mal zu Leila. Vielleicht, ob es Herz klopfen von dort. In der letzten Folge ist ja viel passiert, sehr viel. Wir haben in effekt zwei große Angler zur Strecke gebracht. Wow, das ist neu. Das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Römisches Blut. Die Final Fantasy-Sachen sind immer noch da. Okay. Hubschrauber, wo ist er? Hey, gute Hubschrauber. Er will nicht mit uns reden. Okay, es kam nicht von außerhalb des Animus. Das ist echt Bayex Herstreck gewesen. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Vielleicht folgen wir ihn aber einfach mal. Vielleicht darf ich nicht viel so ungeduldig sein. Dann haben Sie ganz ordentlich zerlegt. Das ist ein Mietwagen. Ruby Tuesday ist zu Hause in Philly. Du hast dein Auto Ruby Tuesday genannt? Wieso nicht? Den haben Sie ganz ordentlich zerlegt. Das ist ein Mietwagen. Das ist auch noch nix pracht. Den haben wir noch nicht gesehen. Den Chocobo-Sticker. Bei uns ist der Mietwagen. Wieso? Ach muss man das tun? Oh ja, er redet schon nicht mehr vom Hubschrauber. Hä? Dann begehend wir uns wieder in Animus. Ist er denn nicht zu ihm noch da? Nein, der ist doch vornichter. Ich drehe mir ja auch schon, wenn der da kriegen wir, oder? Nein, der war vornichter. Glaube ich gar nicht. Okay, aber wieder ab in den Animus. Hat der Herstück vielleicht doch was anderes zu bedeuten. Vielleicht hat er auch nichts zu bedeuten. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Was hat der vorher auch nicht so ausgeschüttet? Das ist auch mal. Ja, der Schießweg. Ich weiß es noch jetzt ganz woanders. Das andere Foto ist gar nicht dabei. Schade. Dann löschen wir das. Okay, mein Packfoto ist gar nicht dabei. Warte mal kurz. Ein leichter Punkt. Okay. Wer geht denn jetzt? Ist der Austausch? Zupst. So, haben wir sogar mit Poel 2. oder? Ja. Das ist noch ein Moment, oder? So. 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 So entweder.. Achso, ich bin unter meinen Fotos drin. Das Hinterversteck ist da oben. Und das wollten wir auch noch machen. Okay, dann machen wir mal da fertig, bevor wir die nächste Quest anfangen. Wie ich gesagt. So, wenn ich jetzt so fein hab, dann darf ich mal die Ecke da rumfettig machen. Ja, und genau, das ist das, was ich mir nicht vorgehabt hab. So schnell schon wie das DLC zum Beenden. Jetzt hab' ich! Ich bring mich um! Dafür lass' ich dich leiden! Der Arne hat den Verstand verloren! Dafür lass' ich dich leiden! Okay. Ja, bitte was haben wir noch zu tun. So ganz beendet ist es ja noch nicht. Bitte was haben wir noch zum Entdecken? Ja! Bitte was haben wir noch zum Entdecken? Eine Quest haben wir noch. Danke! So! Das stimmt, das war ja. Okay. Und da komm' ich grad! Willst du mir jetzt die Gier? Noch einer? Gut, da war ich noch nicht. Einen Schatz, da hatte ich ja schon, ne? Ja. Das war's. Ich bin gleich da! Durchhalten! Hey! Wir kommen schon klar! So wie immer! Ist das jetzt abgeschlossen? Ich habe keinen Schatten! Oh, oder? Oh, oder? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam! Ich glaube da ist irgendwas! Hey! Ganz nah! Uns überrumpelt heute nichts! Also so. So. Oh! Verdammt! Du bist gar kein Anblick! Tja! Wer weiß, ob es hier sicher ist! Was? Hey! Frisch das, du, Rote! Ich töte dich! Ich töte dich! Stirb, du Sau! Was? Das hat gar keinen Schaden. Oh, was ist das denn? Oh! 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 Denk ich mir das! Okay! Was hält mir soweit? Was hält mir soweit? Das heißt, da haben wir jetzt noch ein Fragezeichen? Und 52 Meter in die Richtung... Wo können wir da hin? Schauen wir mal! Mamaaa! Oh! Raktumura, okay! Was? Okay! Oh, nee! Eeeh! Ten Janst... Oh, ich bin so kaputt, wenn ich da... Oh! Oh, ich bin so kaputt, wenn ich da... ... ... Ahaha! Nicht so schnell! Ich bin so schnell! Nee, egal... Ich glaube, ich bin so doll, wie viel zu tun... Ah! Gah! Grrrr! So, ich höre nicht was ich erst tun. Jaaaaa! Nein! Holz. Kaboom! Ich höre nicht so an das. Ich höre nicht. So. Oh, lauter Krugweier. Ok, weiter gehts. Wollen wir jetzt drüber fahren? Nein, wir werden jetzt ja ins Lager gehen. Na komm her. Komm her Pferdchen. So. Bliegt Flamingos. Hä? Was ich war... Ok. Warum sitzt der Schatz im Baum? Wer kann mir das erklären? Du soll... Ja, das ist... Es ist ein Schatz. Ja, das ist ein Schatz. Ich bin ein Schatz. Wie ist das? Na, Schatz! Ich bin ein Schatz. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich wollte dich nicht ... Ich bin ein Schatz. Es ist ein Schatz. Ja, schaam. Ich bin ein Schatz. Ja, Schatz ist das. Ja, schau, schau, schau. Ich mache einen. Jo. Jo... Standej! Mora! Ah, vor dem neben... Gibi, habe! Gibi, manere! Da neben... Jo... Ich kaffier schon an... Gah! 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 Standej! Mora! Gah! 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 Oh! Oops! Ohpala! Gah! Gah! Ohpala! Gah! Eh, gufug! Non iste, Eevee! Ahpala! Gibi, habe! Gibi, manere! Miratus! Takibol was... Nooo! Nooo! Ahpala! 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 Nein, nein, nein! Ahpala! 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 So, ich muss jetzt ein Boot von euch auspauen! Sind's da?! Ahpala! Huhp! Hup! Ahpala! Ahpala! Das war's für heute. Okay, was er war dann sovteinig vor? Türkis-Insel. Hinter einem Ort zum Ausruhen. Da oben, ok? Ist gut. Ich setze den Schatz und dann hoch. Ah, da ist der Hund. Ok. Top, 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 top. Gut. Danke. Eine Halskette von dem Bogen. Irgendwann sollte man vielleicht einmal unser Wappen aufrüsten. Irgendwann einmal. Wenn sie zu schwach werden. Aber bis jetzt haben wir noch alles gemastert. So, na gut. Und das letzte Raststätte habe ich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut euch das nächste Mal hören. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba.